und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme von red dead 2 ich hoffe euch geht's gut ja jetzt aufnahme war ja sehr 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 turbulent muss ich sagen wir hatten ein verräter unter uns gehabt der uns so ein bisschen verarscht hat ja arthur ist anscheinend von uns gegangen und jetzt sind wir bei john und jahre sind ja über das land verstrichen schön mit bart ist er ja will ich sagen gucken wir mal was wir heute so erleben und eine sache will ich auf alle fälle machen mal gucken ob das nicht so weit entfernt ist mal gucken ok ist ein bisschen weiter weg das war oh gott schön wo waren das da das war hier war das muss hier gewesen sein dass wir da vielleicht noch mal hingehen und wer ist der schatz ja noch da jetzt ist er da hinten ok so dann haben wir den hier fährt station ok alles klar so nehmen wir unser pferd ja unser pferdchen von außer ist ja auch verstorben leider ein englisches vollblut naja komm ich hier überhaupt raus wir laufen mal so ok warte mal doch es geht es geht es geht es geht es geht wir kommen raus es geht es geht es geht es geht noch mal es geht esTION Milton, komm hier. Herr Geddes, das ist die neue Angelegenheit, die ich dir gesagt habe. Ich habe gehört, dass du ein Problem mit deinem Willkommen hast, aber du hast deine Nürnberg geholfen, dass du mein Haus verletzt hast. Nein, das war nichts, Herr. David Geddes, ich bin froh, dass du dich kennengelernt hast. John, Jim, Milton. Vielen Dank für die Möglichkeit, Herr, du und Mr. Dickens. You work hard. Sei ehrlich, du kriegst, du kriegst, ich versuche dir das. Der Mann hat eine Familie. Glückwunsch, dann besser du arbeiten extra hard. Guten Tag, Herr, Herr, Herr. Du hörst, John, Jim? Extra hard. Hey, hey, get over hier. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton hier, something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Come on this way. I was on my chores, anyhow. Say, is that your family getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we, uh, not discuss this in front of my wife? Oh, uh, no, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton. Jim Milton. How fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kind of... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Yeah, but it's sort of saying, actually, if you're just going to milk the cows, come on, I'll do it. You? Are gonna milk the cows? Sure. Why not? Oh, I don't know. I thought you was, uh... I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellas. Oh. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything. The ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Oh, good lord, no. Nothing like that. Oh. Just a ranch hand, then. Just a ranch hand. Failed in a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. But most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never, never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey. Sit down, I'll show you how. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. Nein, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, oh Gott, das fehlen. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Hey, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy mate of your pa yet. I never thought I'd see the day. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep. That's enough, Jim. Come on. How about you and the boy, uh, help me clean out the stables? Sure. Come on, son. Ähm, Tür bleibt so offen? Okay, alles klar. Okay. I'd like it. I got, I got, I got imaginative parents, sir. He, he, I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's gotta be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. Na, der Sohn ist nicht so ganz begeistert, würd' man sagen. Okay. Well, you get them stalls cleaned out, and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just... Try and take some pride in this work. Hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Mm-hmm. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Be careful. Bäh. Lecker. Ähm. Hier ist nisch. This is a dog's work. Ja, ist Mist. Junge, ist Mist. Das ist doch nicht so schlimm. Okay, hier ist sauber. Hier ist. Hier ist. John Marston. The Terror of the Terrors. I reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up. I'll go check on her. Okay. Man's a lot. Okay, jetzt soll man zurück ins Haus. Na ja, jetzt ist es. Entweder ist es weiter Ärger oder. Ah. Hey. Hey. Where's Jack? Shoveling shit. In pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. Oh, no. I guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. Okay. I'll put some coffee on. So, was müssen wir heute machen? Oh, wir haben drei Dollar bekommen. Hey, Junge. Hey, Junge. Das ist ja richtig. Oh, was ist das denn? Oh. Ähm, gucken wir mal kurz. Na, ich glaube, da waren wir nicht zu schnell genug. Ja, schließen wir so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. In fünf Minuten. Klar. So, was haben wir denn jetzt hier? Karte. Ja, Margot. Ja, Margot. Wer hat doch noch irgendwas ge... Ah, da. Also, beim Postmeister ist ein Brief. Pff, okay. Kühe melken. Ah, komm. Da. Kühe melken. Machen wir mal. Machen wir mal. Okay, mal Kühe melken. Nehmen wir mal die Abkürzung. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Oh. Alles klar. Jetzt sind... Äh, naja. Wie will man sagen? Stiere? Ähm. Also, jene Kuh ist hier gerade nicht drin, aber... Okay. Keine Kuh. Äh, naja. Äh, naja. erstmal zu ihnen da hin, und dann zu ihnen mit den andern. Arretet so. Arretet so. Ich denke, wir haben alle unsere Bekulierigkeiten, Herr Dickens. Was warst du bevor du hier kam? Ich habe dir gesagt, meine Frau wurde verletzt aus der Inheritanz. Wir waren in einem legalen Dispute. Es war eine schlechte Zeit. Das klingt gross. Aber ich denke, ich glaube, ich glaube nicht ein Wort davon. Ich bin aufgewachsen, um einen Mann zu nehmen, und auch um zu glauben, dass dies ein Land frei ist. Ich denke, ich kann euch nicht sagen, was zu denken. Also, ich denke, es ist nicht wichtig, was ihr glaubt. Aber ich werde hart arbeiten, und ich werde schnell lernen. Okay. Gib mir eine Hand mit dem Fenster. Ja, es gibt viel mehr zu machen. Ich bin aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen. Wir wollen es nicht nach unten kommen. Gut, jetzt holen Sie eine Runde, line es mit einer Kugelung, und place es in. Oh, ja, 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 ja. okay looks okay go to the next post and time adding I hope you grasped the basics I got other matters to attend to but there's more than a day's work here for you alright so long I'll be counting sections when you're done Das ist auch der Arbeit. Schau die Kinder und komm hier hin, Junge! schnell wie möglich! Komm schon, Junge! Milton, komm hier hin! Komm schon! Komm schon, gib uns eine Hand! Nicht viel über Bulls, Milton? Ah, nur die Basis, nicht sie schreien. Angus Geddes, das ist Jim Milton. Mr. Milton? Angus ist dein Junge der Boss. Das ist ein Junge. Schön, dich zu treffen. Mal versuchen, diesen großen Hunk von Chuck. Komm schon, geht's! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich hab ihn! 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 Komm schon! Ich hab ihn! 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 Ja, ich hab ihn! Dann komme ich! Komm schon! Loser! Hey, besser dann! No, no, no! Alter, würde ich mich verarschen? Oh, wow. Oh, wow. Now, come on, you hunkin' Chuck. Come on. Come on. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. Come on, we'll make a rancher of you yet. We'd have to take a break. Hey. I'll get the coffee on. Thank you. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. I'm cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Okay, Pa. I'll see you later. I'll see you later. I'll see you later. Lass mich raten. Wir hätten die Mission in 5 Minuten machen sollen, wa? Ach, ich so. Ach so. Alles klar. Okay, wir hätten uns nicht vom Brunnerwischen lassen sollen. Okay. Okay. Where are my other hands? Dammit, Abe. Abe? Mr. Geddes. You got an answer for me? Mr. Geddes, I... You are slow. I said, Abe, where are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Geddes, sir. Well, what good is that to me? We got three horses lost, possibly more, a mare about to full. Sir. And no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, Milton. You good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Come on, he's over here. I'm good. You get on. Go find them horses. No, no, no. I'll show you. Since you showed up, runaway horses been to some of our problems. And I am thankful for that. I ain't done too much. I ain't much of a rancher. Oh, heck. Hey, maybe them Laramie boys weren't so tough after all. Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loud mouths. Yeah. So, uh, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Oh, when Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for, uh, business. Oh, uh, okay then. All right. He'll be just at the end there. Well, I better get two. Thanks, kid. You're dunking? I'm Jim. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No. Whoa. You sure about that? Okay, yes. Yes, I do. Pretty big one. That's Jeremiah. Oh, hey, easy now. Okay, Jeremiah. There, boy. Whoa, none of that. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Ah, calm down. He likes you. I ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave the same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in full. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. I'm gonna take him out first. Burn some of this heat off of him. Okay. I'll wait in the corral. All right. Come on. Let it all out of you. Let's get a lather up. Come on. Where's that big, mean horse? Everything you've got. Come on. Awe. 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 Yeah, boy. Awe. Yeah, Jeremiah. You've got some energy? Show me that. Was ist das denn? 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 Boah, schöne Farbenleben hier. Wunderbar. Kein Geballer, gar nichts. Was ist das denn? 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 Der Drop ist. Der Community Toast a Qu troll her. Wigern würde das denn Größert sein? Ach, die hat uns erstmal gleich angemacht. Na super. Ach ja. Ja, erstmal die Tür auf Reising. Hey, John. Jim. Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? He's been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Right to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan. Mr. Getty's boy lent it to you. Let's go. Easy. How you doing? Fine. Can we go home? No. You're... Stay calm. Where would you like to go riding, aside from home? I don't know. But maybe that stream? Good idea. You know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident. Okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack. A little kick. And a... Now let's go. You can do it. How about you speed up a mile? Okay. Whoa. Jetzt mal ein bisschen langer. Now let's slow it down. Whoa, boy. Sehr gut. Why don't we speed it up again? Okay. Come on. Yeah. Ein bisschen länger, etwas schneller reiten, ist ja auch in Ordnung. You know? This ain't so bad, sir. Good. Amazing, what the right horse and a little confidence can do. Und wieder etwas schneller. Faster, come on. Faster? Yep. How do I look? Better than before. Keep at it. Okay. Let's go across to the stream. Yes, sir. Here we are. Yep. We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path and up to the ranch. Okay. On my go. Go! Are you still back there? Lass ihn mal gewinnen, weil das ist ja in dem Sinne auch ein gewisses Selbstvertrauen, what? This horse can go! This horse can go! We're doing it, boy! Komm mal jetzt mit Absicht. Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Wie gesagt, dein Riding ist so viel besser. Danke. Hey, du musst dich auf den Riding. Du auch. Du brauchst. Das ist was ich gesagt habe. Er liebt die Schmerzen auf seinem Haus? Nein, jetzt komm mal. Du willst du deine Sprache, Junge? Du bist der erste, die wir töten. Lass ihn allein. Oh, beiget ihr, Junge. Beiget ihr? Ja, das ist schwer. Du bist ein schwerer Typ. Geh raus. Oh, Fancy Baren's Getty's payin' you to be tough for him, huh? Nein, nein, er's payin' me to keep the place clean. Er hat ein Problem... ...with Vermin. Oh, listen to this. Real funny. Na komm! Oh, kick his head in, Bob! Komm! 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 喂! E poder briten euch. Der ocksåRIEN kann man das. Wie ist deinóst comme deine Vidal? exclusive2 Oh, sie ist wirklich schön. Geh raus! Oh, das ist ein Gemüse, du hast. Imagine, du bist frustratiert mit deinem Leben und deinem Leben. Mariert zu einer Schuss-Shovelin-Farmhand. Was machst du falsch, wenn du hier endest? Lass meine Frau alleine. Willkommen in Big Valley, Tim Milton. Es ist ein Freude zu treffen, dich beide. Wir sehen uns wieder. Und du, der Mann, erzähl Mr. Geddes, wir haben. Wir sind zurück. Danke, Mr. Milton. Danke. Keine Worte. Stopp acting like a goddamn storybook hero, will ya? Welche Wahl habe ich? Plenty, du moron. Plenty. Sie ist jetzt sauer? Ach, Mensch.